liebe zuschauerinnen und zuschauer hallo und herzlich willkommen ich begrüße euch zu einer neuen verlosung und zwar habe ich diesmal für euch einen steam key von the evil within und einen von lost planet extreme condition wie ihr mitmachen könnt ist ganz einfach dazu kommt ihr in meine steam gruppe und schreibt unter die ankündigung die ich auch in die video beschreibung setzen werde welches der spiele ihr gerne haben wollt und am freitag den 30 9 16 gibt es eine weitere ankündigung in der steam gruppe bei der ich die beiden gewinner verkünde diese bekommen dann den steam key von mir ich wünsche euch allen viel glück bei der verlosung und wir sehen uns dann im nächsten video wieder bis dann